so hat das funktioniert ich habe keine ahnung wenn ja was geht herzlich willkommen zu diesem allerersten tik tok live stream ja mann bam ich hoffe ihr habt einen entspannten schönen tag einen entspannten schönen mittwoch mittwoch ich schaue jetzt nach ob mittwoch ist ok es ist mittwoch leute ich hoffe ihr habt einen entspannten schönen mittwoch ja stream titel ist talking talking stock im hintergrund bisschen irgendwas irgendwas dies das auf langweilige art und weise ich muss mal gucken ich traue mich jetzt gerade im hintergrund bisschen fort komplett unspektakulär ja ich möchte ganz kurz anmerken nicht wundern wenn ich ein bisschen verpeilt bin ich habe keine ahnung wie das hier funktioniert ich mache das hier zum ersten mal aber ich freue mich dass ihr alle da seid herzlich willkommen freut mich dass ihr alle am start seid ja man kann aber den eigentlich aus der browser kann erstmal aus das kann ich ja auch einmal so sagen am besten einmal auf youtube gehen und dann im neuesten video müsste glaube ich schon der aktuelle link drin stehen wenn nicht haue ich den einmal in den community tag ich habe nämlich gerade keine ahnung ob der richtige link im neuen video schon drin ist ja wobei kann gar nicht glaube ich habe die hat das noch nicht so lange gemacht mit dem neuen ich hoffe es geht es geht euch gut irgendwie ist es voll hier zu sitzen ich weiß es nicht so eigentlich bin ich gewohnt so durch instagram live stream aber irgendwie hier ist das alles neu ich habe gar keine ahnung wie das funktioniert so neu ist das youtube video warte mal ich schaue mal ganz kurz ob da der richtige desktop ding schon drin ist nee ist noch der falsche tatsächlich und irgendwie ist es auch kein link man kann den nicht anklicken stark warte mal dann haue ich den eben schnell in die in den community tab dann könnt ihr euch den da rausholen gut dass ich gerade youtube anspreche abonniert mich auch gerne auf youtube road to 250 abonnenten link ist da jetzt auch gepostet ich hoffe das ist der richtige ich teste den noch mal ganz schnell auf schnelle omitiosiker zellenwelle hier ja ok ist der richtige gut also das ist der richtige link ist im community tab drin ja ich würde einfach sagen ich zocke jetzt einfach ein paar runden im hintergrund ich spiele übrigens null bauen ich kann nicht bauen und ich glaube ich setze mich in ranked rein bin ich ehrlich ich glaube ich gehe ranked null bauen habe ich irgendwie bock drauf irgendwie rank null bauen habe ich schon ein bisschen bock gerade äh so ich mache mal ganz kurz hier den chat auf discord auf also den äh chat bei discord im server manchmal ganz kurz auf so ich mache mal ganz kurz einen neuen channel machen genau so dem mache ich nachher fertig der ist da für alle sichtbar so genau äh ja ich würde einfach sagen ich laber einfach ein bisschen irgendwas ihr könnt mir auch gerne fragen stellen ich weiß ich weiß gar nicht ist ist ja alles an also kann man reinschreiben geht das ich habe nämlich keine ahnung ob chat drin ist okay doch teilt auch gerne sehr sehr gerne den stream so ist nicht ich wie gesagt ich habe keine ahnung wie hier was funktioniert ich habe keine ahnung aber aber ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen in rank null bauen mal so an euch seid ihr gehypt auf die neue auf das neue chapter auf chapter 5 seid ihr gehypt auf das neue chapter oder anders seid ihr gehypt auf das live event ich bin ja schon gehypt auf das live event ich kannst du nicht gucken weil ich nicht zu hause bin an dem tag wo das ist wann ist denn das nochmal 2. dezember ne nächste woche samstag bin ich nicht da heißt ich muss mir das dann entweder bei youtube irgendwo angucken oder ich irgendwer wird eh fortnite stream den abend deswegen ja er sagt mir soll hier nach links wischen warum soll ich nach links wischen ach so dann ist das größer ach so ja gut ist ja ach so okay wie gesagt ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung okay ja keine ahnung ich habe keine ahnung was ich hier machen muss was wie das hier funktioniert fragt mich dann nicht ich keine ahnung ich habe es jetzt einfach gemacht weil vorher war das ja so man braucht ja 1000 follower um überhaupt live zu gehen jetzt ist es nur noch auf 800 für handy und 1000 braucht man jetzt für dieses tik tok studio auf dem pc okay das ist ganz ganz komisch irgendwie i know no ja aber ich würde sagen ich laber gar nicht so lange wir starten einfach so ich gehe einfach rein mir uns übelst kalt ich weiß nicht warum aber mir ist kalt bis zum geht nicht mehr also ich sitze im t-shirt gut dass ich dann erwähnen dass wir kalt das ist egal scheiß drauf scheiß drauf scheiß drauf wirklich drauf da ich hoffe es geht euch gut ich hoffe es geht euch gut ich hoffe ihr hattet einen angenehmen tag ich bin gespannt ob ich hier in raid überhaupt was reiß wahrscheinlich nicht ich werde wahrscheinlich gleich eh schon direkt am anfang verrecken so wie ich das kenne gut füge gegnern und schaden mit noch eine explosion zu äh kriege ich doch das sollte ich doch eigentlich gerade so hinkriegen ich glaube auch das handy steht ein bisschen naja wobei das handy steht eigentlich gar nicht mal so doof da unten wo das handy steht ist ja nix ich hoffe die taste zu ist nicht zu laut oder mein geklicker auf der maus ich hoffe das ist nicht zu laut was macht jetzt meine katze hier bitte was willst du jetzt von mir ah der ist unter mir geh mal schlafen diggy auf ganz schnelliger zellenwelle hier ok erster kill erster kill erster kill ich wünschte ich könnte das irgendwie zeigen aber ich kann planen wie ich das machen soll ach schau ihn dir an wie er sich da ok jetzt weiter kill ich bleib bei der ganz ehrlich ich bleib bei der schrubmitte äh kann ich zwar nicht umgehen aber ich nehm es mit so jack jack kam auch am start das ist doch gute ausbreite ich hoffe grad einfach nur dass hier keiner reinkommt den ich privat kenne das wäre cringe as hell das wäre mies cringe bin ich ehrlich das wäre mir ein bisschen zu cringe schwarz also klar es ist ungewohnt ja es ist ungewohnt halt nur wirklich dass man halt nur mich sieht für mich also für mich ist das halt echt ungewohnt normalerweise stream ich ja wenn ich stream dann halt so dass man auch noch das game sieht ist halt jetzt gerade schwierig deswegen äh auf die tausend follower rauf damit ich dann eben das machen kann ach ne nein da waren minis echt egal äh deswegen auf die tausend und dann äh auch mit dem game dazu weiß ich nicht minecraft oblox whatever was ich dann finde halt gerade ich bitte nicht ich bitte nicht Ich bitte nicht da hinten gibt Stress da hinten gibt Stress da mische ich mich ein woi 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 uhr kolleg der rade war tausendmal besser geworden ja ok woher kommt ja woher kommt diese ganzen gegner auf einmal grün ist ja sehr schön das ist doch mal das ist das was ich brauche etwas macht meine katze hinter meinem monitor bitte meine katze so verwirrend ich würde doch irgendwie voll gerne irgendwie mucke anmachen aber ich habe keine ahnung das wie das ist mit copyright und sowas ich habe keinen bock dass ich jetzt hier zwei minuten oder elf minuten halt stream und dann direkt schon wieder weg bin weil ich irgendwelche copyrights sachen da mache und außerdem ich habe halt die kopfhörer drinnen wegen game was das also ich habe jetzt schon fünf kills hilfe hilfe und die runde ist glaube ich gerade mal vier vier minuten am laufen oder so wobei nicht mal glaube ich woher ich weiß es gerade nicht ja also ich möchte doch ganz kurz anmerken das ist jetzt erst mal nur so ein kleiner test für mich ob das was ist für mich oder ob ich dann eher so auf twitch und youtube bleibe und ob ich halt weiß ich nicht diese tik tok streams hier halt so zwischendurch mal mache das ist halt auch immer so das ding bei youtube musste ich auch habe ich auch erstmal ein bisschen überlegt ob ich das dann wirklich mache und jetzt mache ich es halt auch schon fünf jahre muss man halt auch bedenken twitch mache ich jetzt auch schon knapp vier jahre also von daher ich schätze mal tik tok wird wirklich so ein kleines neben hobby sage ich jetzt mal nicht jetzt so großartig etwas wo ich so weiß ich nicht alle zwei tage mal live gehen so vor allen dingen dazu kommt auch noch dass ich ab und zu auch mal zeit dass ich mir zeit nehmen für videos aufnehmen und so klar irgendwann wenn die tausend voll sind dann werde ich auch öfter bestimmt auch noch öfters auf tik tok live gehen ich werde auch so vielleicht noch mal ein paar mal live gehen hier aber ja es kommt halt bei mir immer darauf an wie das gerade mit der zeit ist wie das mit der lust ist dazu also wie gesagt das ist jetzt eigentlich auch nur ein test für mich ich habe diskok geschlossen schön sehe ich nicht ob da irgendwas los ist aber naja egal oh da ist ein blieb stress da ist ein blieb stress ich kann auch das handy hier leider nirgendwo hinstellen sonst würde ich irgendwie das handy so hinstellen dass ich das spielfilm also halt mein monitor aber ich krieg das hier leider nirgendwo hingestellt ich hab da nix was ich da irgendwie jetzt gegenlegen könnte damit das nicht umkippt hab ich hier leider nicht und ich sag mal so auf querdingens ist auch blöd zu gucken ich glaub der bruder sollte offline gehen der bruder sollte real talk offline gehen und der nächste sollte offline gehen beide gerade aus 200 meter geholt beide mit jagdgewehr hey 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 ey yo ey yo ey wenn das win wird dann ist das einfach erste rank runde in der og season plus dazu einfach noch ein win plus ich hab jetzt schon 7 kills oder ja doch ich musste grad wobei warte mal ich geh mal nach oben ich glaub hier ist sogar noch mal ein bisschen besser wegen hygrom und da unten sind wir grad eindeutig zu viele so ich hoffe einfach nur dass ich hier diese runde gewinne bei so einem rank win wär glaub ich schon ganz cool das wär glaub ich schon ganz geil ich weiß gar nicht an die leute im stream die fortnite spielen wie ist denn das wenn man jetzt einen win hat in der ersten runde und man hat keine ahnung sag ich jetzt mal 15 16 kills wie ist denn das was für ein rang ist man dann wenn ihr das wisst schreibt es gerne mal rein würde mich nämlich echt mal interessieren wie das dann ist also was für ein rang das dann ist oder halt jetzt mit meinen aktuellen wins mit 7 echt mal interessieren was das für ein rang ist ich wüsste jetzt nämlich tatsächlich jetzt so aus dem kopf nicht was das für ein rang wird hier hangt sich doch einer lang mit diesem komischen greifarm oder nicht ja aber hier fliegt einer sollte mir mal glaub ich ganz dezente art und weise kurz hier den ground the skies holen jetzt haut er nicht ab jetzt haut er ab der faule sack ja ich komm nicht zu dem hoch ja kann er nicht abschminken ich geh nicht zu ihm hoch wobei doch ich geh zu ihm hoch weil er macht nämlich grad das haus kaputt ja er ist über mir er ist über mir ey er wird mich doch eh gleich jobs und er ist oben auf dem dach ist er ja ja guck an wie er sich jetzt befisst seh ich ihn hier irgendwo ne ne ich seh den noch nicht mehr äh äh wo sind denn warte mal ich glaub den grappler nehm ich sogar extra 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 limit ja mach ich mach ich das feiern wird auf jeden Fall sein ich hoffe natürlich immer noch dass ich gewinne auch wenn es grad bisschen ja stressig aussieht hier ach ey ich weiß nicht lass ich die naja wobei ich spiel lieber smg also die smg lebe ich nicht mehr mit jetzt muss ich auch noch was loot legen weg ey gar kein bock darauf ich küsse doch eure herzen für die elf likes ich küsse doch eure herzen ne taktische Wache geh mal weg mit der taktische Wache der kann ich mir spielen da treff ich sowieso nix das hier ist halt gar nix los ne 22 lo- naja hier ist irgendwas achso das war das so sanjo ich küsse dein herz ich küsse dein herz ich küsse dein herz wirklich danke für die likes ich küsse dein herz hier wird gefightet da machen wir doch gerne mal mit oh 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 der ist low der ist low der ist low kurz mal dezent auf ehrenlose Art und Weise abgestoppt alter kurz mal auf dezente Art und Weise abgestoppt den ehrenlosen hier schwere Stufen ne ich bleib bei der Ska ich bleib bei der Ska liken kann ich habe Dash Stringer gespielt da lernt man das ah chill ich chill ich chill ich oder Biggie könnte grad echt wichtig sein ja ich glaube auf das die kann ich weg ich glaube das die ist nix mehr zwölf leute noch elf ich glaube nicht dass ich das gewinnen werde aber ich habe irgendwie hoffnung ich habe irgendwie hoffnung dass ich es dass ich schaffe es wäre irgendwie geil wenn ich das jetzt gewinnen einfach einfach erste Runde Reign direkt gewonnen also nicht die allererste Runde aber halt die erste Runde in der Season ich werde so dick verlieren ne ich werde gleich so dick einen Snipe passieren oh da hinten wird wieder gefeiert da schreite ich doch gerne mal hin und mische mich da mal ganz dezent kurz ein oh nein Retail oh nein oh ich werde so drauf gehen jetzt oh nein ich sehe es doch schon ich werde so sterben in Retail werde ich so dezent drauf gehen fighten die wo die fighten da oben fighten die in dem Haus die fighten beim Haus glaube ich hier ist ein Lama ja moin äh was sagst du so schönes äh ich zocke grad bisschen Fortnite ranked und ich treffe natürlich wieder nix ja ok ok Jungs 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 chillt chillt eure Bases chillt eure Bases da kommt ein Busch auf mich zu natürlich kommt ein Busch auf mich zu das erwarte ich auch ach komm ok den habe ich mir jetzt erstmal ganz dezent kurz auf leckere Basis gesnackt 5 5 ey 6 Leute noch bitte ey yo geh mal weg mit dem Raketenwerfer du ehrenlose geh mal weg mach den mir einen auf weiß ich nicht ja ok das Auto ist das Auto ist oh mein Gott ja das Auto ist so dead oh oh ey yo yo kurz wo die Steine dezent als Deckung nutzen ey der ist halt oh war ey ey ow mein Gott ey das ist grad so stressig also es ist noch nicht das Endgame mach einfach gar keinen macht einfach gar keinen Fall mehr. Habe früher Massig-RDM-Streams gemacht, aber Epic hat das so kaputt gemacht. Ja, hier Rette die Welt habe ich mir in einem Paket geholt. Wegen den V-Bucks, weil die dabei waren. Deswegen habe ich mir damals Rette die Welt in einem Paket geholt. Aber ich zocke es. An sich zocke ich Rette die Welt auch nicht. Also Rette die Welt ist gar nicht meins. Ich bin dann wirklich mehr der Battle-Royale-Spieler. Der steht doch gar nicht mehr hinter dem Baum. Ja, ich auch. Über 240 Euro Paket. Oha, ja gut. Bei mir war es so ein kleines, ich glaube so ein 4-5 Euro Paket war das glaube ich. Das war so ein 0815 Paket da. Ein Skin und ein paar Aufgaben für den Skin. Das war mal GG's. Mit einer blauen Scheibe mit einem blauen Scheibe gedämpften Sturmgewehr. GG's. Trotzdem. Siebter Platz. Siebter Platz. Ey, das muss doch auch gottlos, das muss doch auch jetzt ein gottloser Rang jetzt sein. Und nun bekommt man keine V-Bucks mehr pro Woche. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Das habe ich auch tatsächlich ein bisschen abgefuckt. Weil alleine deswegen habe ich es mir eigentlich auch geholt, weil ich wusste nämlich noch, dass man irgendwie pro Woche da irgendwie pro Einloggen kriegt man da V-Bucks. Nein. Es wurde rausgenommen. Ja, jetzt habe ich eigentlich nur für diese Aufgaben, die ich hatte, Rette die Welt da. Und sonst spiele ich es eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, würden irgendwie so Aufgaben reinkommen, wo man dann halt, weiß ich nicht, irgendwie V-Bucks kriegt. Wo ich es halt auch wieder zocken, aber ich weiß nicht, Rette die Welt macht keinen Spaß. So, irgendwie. Ja, man kann nur noch paar Missionen machen, wo man V-Bucks bekommt, aber das lohnt sich gar nicht. Ja. Generell, so dieses generell Rette die Welt war nie wirklich meins. Ich habe es damals nicht gefühlt. Ich fühle es jetzt auch nicht. Für das Paket habe ich es gemacht, aber sonst. Ich glaube, wäre dieses Paket nicht drin gewesen, hätte ich mir Rette die Welt niemals geholt. Weil das war ja so ein Rette die Welt, Skin-Paket. Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich den Skin noch? Also ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Skin das war. Entweder war das der oder der. Ich weiß es gerade gar nicht. Kann auch irgendein anderer sein. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Aber Bronze 2 bin ich gewonnen. Bronze 2 in der ersten Ranked Runde. Das ist gar nicht mal schlecht. Ich glaube, 8 Kills gerade. Wollen wir das mal hier. 0 bauen, Ranked an und dann Solo. Achso, ist doch gar nicht total. Kann ich noch gar nicht gucken. Schade. Ich weiß nicht, gehe ich direkt wieder Ranked rein? Bin ich jetzt noch weiter verkackt? Ja, scheiß auf, ich gehe wieder Ranked rein. Bronze. Oh, das ist der zweite Bronze. Ja gut, auf Unreal werde ich niemals schaffen. Dafür spiele ich auch eigentlich viel zu selten. Mal, Aufträge und Belohnung. Filius Match erhält so einen dringenden Ranked Auftrag durch diesen Rücken, also das war es. Ja, wow. Wow. Er hat jetzt irgendwie gedacht, da kann man irgendwas krasses kriegen. Das geht einfach um Scheiße. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Oh, hier Ranked, was habe ich denn hier eigentlich? Achso, das kann ich gar nicht sehen. Ja, der Loading Screen sieht eigentlich ganz geil aus. Den würde ich mir sogar actually holen, aber na gut, das Ding habe ich ja, na ja. Loads ich jetzt eigentlich auch nicht, aber ah ja, egal, einfach mal rein, einfach mal rein starten. Wie ist euer Mittwoch so gelaufen? Ich hoffe natürlich, wie gesagt, ihr hattet einen entspannten Mittwoch. Meiner war auch relativ entspannt. Ich saß eigentlich den ganzen Tag zu Hause. Morgen geht's wieder weg für mich. Morgen geht's nochmal zur Schule. Freitag geht's nochmal zur Schule. und dann wieder Wochenende. Auf schnelle Gazellenwelle. Was habe ich heute mit meiner Gazellenwelle eigentlich? Ist meine Katze immer noch da hinten? Ne, oder? Keine Ahnung, ich kann sie ja kennen. Könnte sein, dass sie noch da hinten chillt. Ich weiß es nicht. Ah. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ob ich jetzt reiße, einen Wind zu holen, was ich nicht glaube. So, was habe ich denn als Ranked Out? Achso, den kriege ich ja gleich erst, ne? Auf Warte mal, habe ich nicht dieses komische täglich in Lazy? Da, Lazy Links. Ich gehe aber Lazy Links, ganz ehrlich. Ich gehe einfach da hinten hin, auch wenn ich wahrscheinlich komplett gleich sterbe. Wobei, wobei, bei den meisten Orten landet halt keiner. Das ist halt das Schöne. Selbst Ranked oder nicht Ranked? Erziele Headshots. Ja, oha. Ich habe einen Aim von einem Toaster. Wie soll ich bitte Headshots machen? Bitte. Wie soll ich bitte Headshots machen? Ach, jetzt fliegen zählt das auch. Okay, ja gut, Aufgabe abgeschlossen. Gut. Und spektakulär, würde ich jetzt mal so andeuten. Okay, hier landet ein ganzes Land. Hey, Jungs, sorry. Ich wollte jetzt nicht hier, das weiß ich nicht, hier mir 20 Milliarden Leute hinterher fliegen. Das wollte ich jetzt nicht. Oh nein, nur eine SMG, bitte. Ah, wobei, hier liegt eine Pump. Wobei, eine Tactical hat gerade sogar er war Chak-Chak, Decker. Nicht der war Chak-Chak, ne, Vor allem dort. Äh, 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 das ist kacke, was ich habe. Das ist halt auch ein SMG, ne, egal. Aber sind hier nicht gerade irgendwie fünf Leute mit mir gelandet? Was sind denn da? Wo sind die jetzt alle? Bam, bam, und ich gebe dir die Daten da. Ah, gerade von der Tech geredet. Ah, das war sogar einer. Das war, äh, hl? Erst, macht doch gar Stress jetzt. Sanin. Jungs, Jungs, chill, 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 chill. Chillt mal eure Basis hier. Bin jetzt schon low. Was ist das? Bin jetzt schon wie slow. Ich bin gleich schon tot. Was ist das hier? Was ist das? Ich habe euch noch nichts getan. Was ist das? Ein natürliches ist über mir. Ach. Natürlich wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Okay, doch, das nehme ich. Das nehme ich. So eine Lina, eine Schallgelandte Skar, das ist schon geil. Da. Gut, dann scheint es hier keiner mehr im Ding, im, äh, Lazy. Kann ich ja eigentlich relativ chillen jetzt. Relativ. Hä, aber es sind fünf Leute mit mir gelandet. Wie kann das sein, dass hier nur zwei sind? Oder die sind alle irgendwo außerhalb gelandet von Lazy. Die sind halt einfach nur in meine Richtung, aber sind dann halt außerhalb. Hier liegen einfach zwei schallgedämpftes Gas. Ja, moin. Und das bei dem Blau. Stark. Juck mich aber nicht bei euch, ich habe nur die landet. Oh, hier ist die Kiste. Das war falsch abgebaut. Skipp die Belie... Was? So. Und um deine Wenigkeit dahin üppere ich mich jetzt. Schießt nämlich einfach beide an. Ich glaube, es sagt... Oh, warte mal, die grüne, geh mal her. Ey, Chat, jetzt mal Frage an euch. Habt ihr Katzen oder Haustiere generell? Meine Katze ist so lustig, die klettert einfach hinter meinen Monitor. Auf die Festerbank, genau. Auf die Fensterbank, weil nämlich hinter meinem Monitor mein Fenster ist. Weil ich sitze nämlich am Fenster. Deswegen... das ist echt nicht schön, wenn die da mal hinten rumläuft, weil man immer das Gefühl hat, die wirft die gleichen Monitoren. Was nicht so geil wäre, tatsächlich. Ich bin noch ehrlich gespannt, ob ich die Runde jetzt gewinne. Und ob ich... Wobei, ich glaube, diese TikTok-Streams, die sind ja eigentlich so aufgebaut wie Instagram-Streams, theoretisch. Also eigentlich... Ja, wobei, was heißt theoretisch? Die sind eigentlich exakt so aufgebaut wie Instagram-Streams. Von daher, ich glaube, es könnte sogar actually was für zwischendurch einfach mal sein, dass man sagt, man geht, weiß ich nicht, zweimal die Woche, weiß ich nicht, irgendwie für eine Stunde oder so live oder so. Weiß? So auf entspannt halt. Das kann ich mir schon vorstellen. Das macht bestimmt Spaß. Also es macht doch Spaß hier. Weil so eine ja, Interaktion hat man auf Instagram halt nicht wirklich, weil die meisten so, man... Auf Instagram, klar, man hat halt so eine bessere Übersicht, was Beitritt angeht, aber hier sieht man das viel besser und außerdem hier sieht man halt auch, wer hier liked, also wer den Stream hier liked. Das finde ich, bei Instagram fehlt das so ein bisschen. Wobei mich das eigentlich auch relativ wenig juckt, so, ne? Das ist genauso wie bei YouTube. YouTube mache ich auch nicht, um da irgendwie mit, weiß ich nicht, was zu machen. Okay, streiten sich zwei, freue ich mich, würde ich mal so behaupten. Natürlich wieder Aim von einem Toaster, das ist natürlich wieder ganz normal hier und keiner von denen hat den Ja gewährt. Das ist natürlich noch schöner. Ja, das stimmt, ja, ich, ja, ich sag mal so, auf Instagram bin ich halt länger, okay, auf Instagram bin ich halt länger als auf YouTube, äh, als hier auf TikTok. TikTok mache ich erst seit drei Jahren ungefähr und Instagram bin ich ja auch schon seit irgendwie 2019 oder so, also da bin ich jetzt auch schon knapp vier Jahre. von daher ist das sowieso ein bisschen anderes, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen anders vom Reinkommen. Weil man hat halt diesen ganzen, ich sag halt, nicht Stress, aber halt dieses ganze drumherum, so, ne. zum Beispiel, was ich auch cool finde bei TikTok ist, äh, dass die Leute, die, äh, einem folgen, benachrichtigt werden. So, bei Instagram, da ist meistens einfach der Bug, ja, okay, du bist live, aber juckt uns nicht, wir sagen niemandem Bescheid. Das ist halt meistens auf Instagram. Das ist halt das Nervige bei Instagram, weswegen ich bei Instagram noch nicht mehr live gehen möchte, weil mich das einfach nervt. Deswegen finde ich wirklich TikTok gerade auch einfach zehnmal entspannter als Instagram. Und vor allen Dingen bei TikTok, hier kann man Moderatoren haben, das kann man bei Instagram nicht. Wenn bei Instagram im Chat einer Scheiße schreibt, äh, irgendeine Beleidigung oder was weiß ich, dann musst du das selber machen. Hier kann man Mods einstellen, die das, äh, dann auch für einen so ein bisschen mitübernehmen. So, das fehlt mir bei Instagram auch. Deswegen, das ist, äh, ja, das ist halt einfach, ne, das ist halt die Logik von Instagram. Machen wir keine Fakten, mein Freund hier. Geh mal schlafen, lieber. Ja, natürlich hat er keine Sniper gehabt, ist ja, ist ja klar, ist ja mal wieder logisch. Andert, äh, haben die alle keine Sniper? Was soll denn das? Gib mir doch eine Sniper. Das ist das, warum ich hier bin. Ja, kurz mal die Minis trinken. Da vorne ist auch ein Biggie, das freut mich natürlich enorm. Mann. Ey, ich bin aber wieder gut dabei. Acht Kills, 23, äh, 22 Leute leben noch. Ich bin gut dabei. Ich bin gut dabei. Irgendwie bockt doch Rank gerade mehr als nochmal Solo. Weil da sterbe ich schon nach zwei Minuten. Hier sterbe ich gefühlt erst nach einem halben Tag. Aber ich muss, ich gehe aber mal schon davon aus, dass ich hier öfters auch mal streamen werde auf TikTok. Weil es bockt viel mehr, bin ich ehrlich. So, ich weiß zwar nicht, was seine Mission gerade war, aber seine Mission war auf jeden Fall nicht erfolgreich. Und ich habe eine Sniper. Das heißt, jetzt wird rasiert. Vor allem habe ich auch irgendwie das, ich weiß nicht, ob, ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei Instagram auch ist, aber bei Instagram hatte ich manchmal so einen kleinen Stream Delay. Oder ist das nur bei YouTube? Ich muss ja sagen, ich kenne mich damit nicht so wirklich aus, ne, mit diesen ganzen Stream Delay Sachen und alles. Das ist halt alles so ein bisschen, das ist halt entweder YouTube oder netter Versuch mein Freund, aber dann macht das doch gerne. Ja, mal gucken, je nachdem, je nachdem, aber es macht auf jeden Fall Spaß, so ist es nicht. Auch diese Interaktion, die fehlt mir auch. So, diese ganze Interaktion, klar, man könnte halt auch halt, jetzt ist der, dieses drückwatter über der P90, klar, man könnte halt auch einfach irgendwas machen, irgendeinem mit Freunden, aber wenn die Leute halt nicht online sind, was soll man machen, dann machen wir halt sowas. chill my friend, chill him please. Der nächste weg, elf kills, let's go. Also, wenn das kein, weiß ich nicht, wenn das kein Wind ist, dann weiß ich auch nicht. Das wird fett keiner sein, das weiß ich nicht. Oh, jetzt noch ein Chuck Chuck, da gönne ich mir einen eben, bei ist unnötig. Warte mal, das hat sich gerade nicht gut angehört. Das hat sich gerade nicht gut angehört. Ich weiß gar nicht, wie lange, wie lange bin ich jetzt überhaupt schon live? Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, gar nicht. Und da habe ich angefangen, ich glaube, 11.50 Uhr ungefähr. Ja, wobei, 11.55 Uhr ungefähr. Ja, auch schon gut über 40 Minuten gleich. Aber es borgt, es borgt, es macht echt Spaß. Es freut mich auch, dass so viele Leute hier sind, tatsächlich. Oh, da liegt irgendwas Goldenes, das will ich haben. Was ist das? Da liegt irgendwas Goldenes, ich will es haben. Ja, ne, Nevermind is ein Busch, das will ich nicht haben. Mano, ich habe voll gefreut. Ich bin aber mal gespannt, was Chapter 5 kommt, weil es wird die ganze Zeit irgendwas mit Lego angeteasert. Da bin ich auch mal ein bisschen gespannt, was da kommt. Ob wir da wirklich jetzt irgendwas da mit Lego kriegen. Dann hieß es ja auch irgendwie Open World Modus und sowas. ja, mal gucken, was da kommt. Ich bin full, ich bin komplett full, Munition full. ich habe mal ein Chak-Chak dabei. Stark, Sniper, P90, Spaß, äh, Ska, let's go, das schmeckt. Und ich freue mich schon darauf, wenn man wieder schwimmen kann und in diesem Wasser nicht so langsam ist, als hätte man, weiß ich nicht, was gerade an den Füßen. Ich freue mich auch schon drauf. Ja gut, diese Gleiter war jetzt nicht unbedingt. Es leben immer noch 14 Leute. Fuck. Es leben, hoppa. Wie habe ich den nicht getroffen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Okay, anstatt dass er halt auch einfach weiterläuft, steht er da einfach und lässt sich so richtig fängt mit dem. So, 13 Kills, 12 Leute leben noch. Ich würde gerne wiederholen auf 11 Leute. Habe ich gerade nur Bots in der Lobby oder was ist das hier? ich... Oi, yo, Oi, yo, Oi, yo, Oi, yo, my friend. Yo, yo, bro, chill, 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 chill. Yo, okay, ich muss mal ganz kurz, ich bin mal ganz schnell weg. .com.de slash Instagram.com Einer, was gehst du jetzt von mir hier? Mann, hier oben ist aber auch noch einer, den hole ich mir auch noch mal eben. Den staub ich mir aber auch noch mal eben ab. Er hat aber auch das Eben von der Zitrone, echt. Das kannst du auch keiner erzählen. Von wo snipen wir mich jetzt? Wo ist denn der? Oder steht... Ah, der könnte dahinter hinter dem Baum sein, hinter dem Eim. Ich habe keine Ahnung, von wo der mich snipen, ne? Ach, schade. Oh, da hinten gibt's Stress, da hinten gibt's Stress, da hinten gibt's Stress. Was? Was? Ich will den doch abschnauben. Nein. Ah, muss die weg. Oh, 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 jetzt werde ich von zwei Seiten gejumpst. so, oh, 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 ich bin da mal weg.com.de slash network bsd und was weiß ich. Jungs, 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 chillt mal ganz kurz, bitte. Schiebt mir jetzt mal keine Jibits hier, bitte. Ah, jetzt ist halt mein Chak-Chak weg, ne? Das ist jetzt, äh, das ist nicht gut. Muss ich Sniper noch mal an? Ah, der ist aber immer noch, der eine. Das war ein 105er. Der hat auf jeden Fall gesessen. Er hat mich auch gewundert, wenn der nicht connected hätte. Ah, nein, hier gleitet einer zu mir. Wow, oh, da ist es schon einer hinter mir. Der Bro geht mal ganz dezent dick kurz schlafen auf. Ey, der nervt mich da hinten auch gerade ein bisschen, ne? Ah, ich denke, ich gehe in das Potion, ist mir egal. Der eine andere ist eh weg, der mich hier die ganze Zeit rushen wollte. Der ist, glaube ich, abgehauen, so wie es aussieht. Oh, der ist cracked, der ist cracked, der ist cracked, der ist cracked. Ey, bitte, ich muss den holen, bitte. Ey, nein, nicht Snipe mir jetzt, piss dich, hinter mir, vor mir. Oh, das kann mir jetzt keiner erzählen. Goldenes Capital gibt man her, Digger. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Mein Gott. Okay, ey, das könnte für real die beste Runde, glaube ich, sein. Die beste Ranked Runde überhaupt, die ich überhaupt jemand hatte. Die könnte extrem wichtig sein Okay, die fighten da hinten Hinterm Stein ist der For real Die letzten zwei Oh mein Gott Ey Ich bin grad mies am sweating Da hinten ist einer Nein Ich hab den nicht getroffen Er will aussnipen Ich glaub er weiß Woher ich geschossen hab Das ist Semioptional gut Alter was hat der Er muss aber weg Die Zone kommt Er muss da raus Oder ich warte bis zum Endgame Und wischt mich dann erst ein Ich nehm mal den Granatwerfer mit Zieht der auf? Ja Oh Okay Wir haben beide verzielt Schade 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 Oh mein Gott Ey Oh mein Gott Ist das grad stressig Was? Wo ist der andere überhaupt? Wo ist der letzte? Schade der auf den Bau Oder wo schade der? Oh mein Gott Oh nein Er hat mich getroffen Das ist nicht gut Ja gut Versuch was wert Nein 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 Oh nein Der kommt von hinten Der andere Naja wobei Der kommt halt von der anderen Seite Ich mach's einfach clever Ich hau jetzt einfach ab Ist mir egal Was die machen Ich warte jetzt einfach Bis zum Endgame Gar kein Bock Auf diesen Stress Jetzt hier gerade Gar kein Bock Auf diesen Stress Hier gerade Sollen die Sollen die mal fighten Die sollen mal ruhig fighten Die sollen Die sollen mal erst machen Die sollen machen Ich warte jetzt Okay Einer gleitet über mir Zwei Leute leben noch Geil wäre natürlich Wenn ich beide hole Weil dann ist das Eine 20 Bomb Oh nein Die Zone Oh nein Die Zone muss natürlich wieder Oh nein Die Zone spielt nicht mit Letzter 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 Wo ist der? Hinterm Stein Hinterm Stein Hinterm Stein Oh ne Oh ne Oh ne Oh ne 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 Du kriegst mich nicht Du kriegst mich nicht Mein Freund So nicht Oi Er ist schon bei mir GG ist zweiter GG Oh mein Oh mein Gott War das eine gute Runde Das war eine übelstarke Runde 19 Kills Das war eine übelst gute Runde Also wenn ich jetzt nicht Was weiß ich Gold bin oder so Ja easy Gold Eins sag ich Naja wobei Zwei Ah ne Bronze Bronze drei Okay Sorry Dachte schon Bin Gold Eins Vielleicht Ich glaub Für den epischen Hätte ich mehr bekommen Also für den epischen Wäre ich easy Gold Eins rein Ganz kurz was auf Discord geguckt Es ist aber echt cool hier zu streamen Also es macht schon echt Spaß Muss ich sagen 50 Minuten sogar gerade schon 50 Minuten Einfach schon Äh Vor allem 50 Minuten Oha Äh Äh Lebe länger Als andere Gegner Okay Ja gut Das ist halt Das ist halt Easy eigentlich Was hab ich jetzt Hier bekommen Für die Detski Achso Die Gold Variante Ja gut Ja gut Ist jetzt Nicht krass Ist aber auch Nicht scheiße Also Den würde ich gerne Haben Aber da brauche ich Noch Hier Da brauche ich noch Sieben Level Ne Egal Ich war Doch Sieben Level Ganz toll Also doch Level 70 Ich weiß Ich gehe direkt In die Dichste Ja doch Ich gehe direkt In die nächste Ranked Runde Auf Bronze 3 Mit Glück Jetzt auch Aufstieg Auf Gold 1 Anni Silber Ist das Erst Achso Moment Ah Silber Ist das Erst Was kommt Okay Schade Eigentlich Unreal Okay Ey Ich danke dir Von Herzen Für deine ganzen Likes Ich danke dir Von Herzen Ich wollte gerade Nach meinem Wasser Greifen Aber das steht Nicht rechts Von mir Sondern links Kann ich da drauf Ne Aber drauf kann ich Springen wir das jetzt So So Bin halt wieder in ranked Ich weiß ja nicht Ob es so gut ist Jetzt wieder ranked Zu machen Ich gehe fat Nicht tilted Weil da sterbe ich Instant Ich glaube ich gehe Ich versuche nach salty Noch rüber zu kommen Wo ich schon längst Viel zu weit weg bin Schrotflinten oder Pistolen Ja gut Pistole Schrotflinte Spiel ich beides Ey Ganz ehrlich Ich mache das glaube ich Wirklich Ich glaube ich gehe Wirklich Nochmal live Ich schätze aber mal Nicht diese Woche Wobei Vielleicht Samstag nochmal Mal gucken Vielleicht Samstag nochmal Nochmal gucken Dann halt Weiß ich nicht So in einem Zwei-Tages-Abschnitt Oder so Mal gucken Irgendwie so Auf jeden Fall Werde ich das dann Mal machen Ja okay Hier ist schon Halber Weltkrieg Direkt Was ist das Runde ist Nicht mal Zwei Minuten Drinnen Oder gestartet Und Hier ist trotzdem Schon Weiß ich nicht Alle gegen alle PvP Boxfight Neubauen Aber warte mal Wenn die sich Da hinten streiten Dann mache ich doch Direkt mal mit Warte mal Warte mal Lass mich mal da hin Dann mische ich Dann mische ich mich Doch gerne mal ein Kämpfen die hier Ohne mich Ich glaube es sagt Dann mache ich doch Einfach mit Kämpfen In dem Haus Es ist so schwierig Es ist so schwierig Wow Wow Ich habe ein Emote bekommen Wow Emote was ich nicht spiele Weil ich kein Emote benutze Ich habe ein Biggie Aber Ist hier noch runter Ne Wo ist denn diese Kiste Die hier Die ist oben Die ist hier Was ist das Wow Ja Ich probiere sie mal aus Ich probiere sie mal aus Diese komische Doppelpistel Ohne Schon die richtige Die ist Da wünsche ich mich Natürlich auch Sehr gerne ein Boah Mit der AK Trifft man ja gar nichts Oh mein Gott Ja okay Ja okay Sorry dass ich In diese Runde Gejoypt bin Er hat mich gerade Komplett auseinander genommen Jetzt will ich wissen Ob er es schafft Oder nicht Ja gut Gegen Ja gut AK Gegen Ding Gegen Pistol Ja gut Na das ist halt Schon die AK Ein bisschen besser Ich glaube er hat auch Eine blaue Sowieso Also von daher Halte ich mich bedeckt An dieser Stelle Wow Was geht los Wow Das war der scheiß Die Mut Ist ja gar nicht geil So Nächste Runde Direkt Rein In die nächste Runde Recht rein Ohne groß Zu reden Ohne groß Drum Dran Geben Achso Ne Warte mal Abbrechen Wollte man nämlich Eigentlich was nachgucken Und zwar Ich kann doch Ähm Ah ne Der war mein Prägt mir ja gar nichts Brauche ich einen Spiel Sound Das prägt mir ja überhaupt nichts Ich dachte gerade Vielleicht kann ich irgendwie Ähm Wo geht das vielleicht Oder das Ich teste mal was Vielleicht Äh Habe ich dann Gleich was Drinnen Also habe ich gleich Musik drinnen Wenn das geht Geschweige denn Es geht Ich weiß nämlich nicht Ob ich das jetzt hier Einfach so machen kann Habe ich denn hier meine Da Einstellung Player Ne Schade Schade Ich hätte jetzt gerne Irgendwie Musik drinnen gehabt Aber äh Gehe leider nicht Habe auch gerade nichts hier Womit ich jetzt irgendwie Musik abspielen kann Außerhalb meinem Player Und der ist auf dem PC Da kriege ich leider gerade Den Monitor nicht Verbunden mit Also ich kann da nicht umstellen Aber ich bin mal gespannt Auf äh Neues Chapter Neues Season auch Beziehungsweise halt Hauptsächlich aufs neue Chapter Was da so kommt Lobby Countdown Haben wir ja schon Zehn Tage 2. Dezember Soweit ich weiß 20 Uhr Oder 22 Uhr Es ist halt gerade so ein bisschen Äh Durcheinander Was jetzt wo Äh Wann jetzt genau Das ist Und Willkommen an alle Im Chat Herzlich Willkommen Freut mich Dass ihr den Weg Zu Diesem Weiß ich nicht Wie kann man das hier beschreiben Äh Ja Irgendetwas Gefunden habt Ich küsse dein Herz Danke für dein Follow Junio Ich küsse dein Herz Und es lädt wieder Drei Jahre Ne Aber das finde ich auch Geiler bei Ranked Anstatt bei Äh Normal halt Jetzt Battle Royale Also jetzt abgesehen von Diesem Ranked Ding Und so Urigerweise sind die Ladezeiten bei Ranked Immer ein bisschen länger Anstatt bei Äh Als bei normal jetzt Battle Royale Ohne dieses Ranked Ding Ist das echt Ein bisschen anders Ne Deswegen Keine Ahnung warum Oder wieso Weshalb Warum Ja So was haben wir denn Jetzt aus So Hab ich noch nicht Ne Ich geh aber Retail Retail Rein da Rein in die Masse Äh Füge An den Schaden Mit Stromgewähren Oder Pistole So Ja Easy 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 Zudem Sie Ja okay Hier landet wieder Ein ganzes Dorf Mit mir Oh nein Retail Oh nein Das war Oh nein Ich hab mich vertan Ich wollte nach Salty Nicht nach Retail Oh nein 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 Weiß die Namen sind an Aber trotzdem vertue ich mich Da noch mit Retail Und Salty Ich bin nochmal gespannt Wie die neue Map dann ist Also wie die neue Map dann aussieht Es geht ja schon so ein bisschen was rum Bezüglich des neuen Chapters auch Was die Map angeht Und ich bin Also wenn das dann wirklich die Map ist Muss ich sagen Dass ich Naja schon Lust hab Aber nicht so beeindruckt bin Irgendwie So Who Wer schießt hier Who's shooting here My friend Oh Steps in dem Haus Steps in dem Haus Oh nein Ich hab wirklich so ekelhaft sterben Ich seh schon Wer ist an dem So Oh 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 Nein 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 Der hatte 12 HP Ey ich hätte den so easy Er hat den Chuck Chuck Oh jetzt hätte ich den gerne gejumpst Aber naja Egal Aber ich hab die Aufgabe fertig Das ist es mir fertig Boah wie ist es kalt Alter Das Gefühl ich muss mir gleich mal ein Brie anziehen Aber gar keine Bock aufzustehen Ja auf jeden Fall mal schauen Ich sag mal so Klar dieses TikTok Stream und so Das ist natürlich chilliger Es ist viel chilliger Muss ich ehrlich sagen Und Es bockt auch Es macht viel viel mehr Spaß Als auf Instagram oder YouTube So klar auf YouTube hat man halt noch das Gameplay So oder man chillt halt auf Twitch und macht genau dasselbe wie hier Ja Dass man sich da auch einfach mal so Weiß ich nicht Für 2-3 Stunden hinsetzt und In der Kamera redet Aber hier die Interaktion ist halt viel viel cooler So Die Interaktionen hier auf TikTok sind Meilenweit besser als von Twitch, YouTube, Instagram und so Klar Discord ist halt nochmal was anderes so Aber Discord kann man nicht mit Instagram und sowas vergleichen Das geht gar nicht Discord ist ja hier eher so Chatting mäßig Äh ja So Reise zum Server wird Initialisiert Ich glaub das war krass nicht das Wort Aber egal Schätze mal Ich mach noch so bis 13.30 Und dann Würde ich auch erstmal Wieder den Stream beenden Geschweige denn Ich krieg das hin Aber das sollte eigentlich Machbar sein Und dann Würde ich Samstag oder Sonntag nochmal wieder kommen Aber ich geh mal eher von Samstag aus Ja Oh okay Da hab ich sogar getroffen in der Luft Chillig So jetzt aber Salty So wo haben wir denn Salty Da ist Salty Aber Salty Ich will Salty Ich will noch Salty In Salty hab ich ja beide Runden gestartet Und relativ gut Beendet die Runden auch Weil halt Salty kaum einer landet Und in Salty halt eigentlich nur Freekills sind Deswegen das ist halt eigentlich Ja eine Win-Win-Situation Außer man hat's halt so Hat eine krasse Pump Drückt Weiß ich nicht Ein 143er Headshot Und man weiß Okay der Typ war noch Green Life Only Und man hat ja trotzdem noch HP Wegen diesen 50 Schild Die man ja bei diesen Nullbauen da Schon dazu bekommt Ja das ist halt das Lervige auch An der Sache Aber Jeder zockt das Worauf er Bock hat Jeder zockt das Was einem Spaß macht Und ich hab natürlich auch meine Phasen Dass ich auch das ein oder andere Mal ausraste Aber ich halte mich Ich halte mich tatsächlich schon gut zurück Was das alles angeht Also ich versuch's auch Ich versuch auch wenig Naja perfekt Ich wollte Ich wollte gerade eigentlich Nicht schießen Sondern Mini Reinslurpen Ich versuch mich da eh schon Zurück zu halten Was Ja Ausrasten und beleidigen angeht Also Es ist schwierig Vor allem Stream mäßig Es ist schwierig Das im Stream zu schaffen Aber es ist trotzdem machbar So Und klar Im Stream kommt man ja immer Kommen die Leute Die streamen ja meistens Eh nochmal ein bisschen anders rüber Weil klar Die möchten nicht ausrasten Im Stream Die möchten nicht Was weiß ich Die möchten nicht beleidigen Ist doch nicht bei mir Oder Nee der ist hier In dem Flur direkt Da hinten sind halt auch grad free kids Hey jetzt ist der hier draußen Hä Wo ist denn der jetzt Oder ist der auf Ah der ist auf dem Dach Drau Oh mein Gott Warum nicht diese Faxen mit mir Der ist aber komplett auf dem Dach Also der ist auch komplett oben Auf dem Dach Hä Wo ist denn der Ach nee warte mal Der ist unten Bäh Der ist unten Hey yo Mama Mama Ruhig Genosse Mama Ruhig Genosse Aber jetzt hole ich mir die free kids da hinten Und dann habe ich schon viel Oder fünf Je nachdem Alter Was geht denn hier ab Ist irgendwie Retail So ein Standard Startpunkt Ey Ja natürlich Natürlich treffe ich zwei Hits Und danach Alter Ich habe gar nichts mehr Ey jetzt rett der weg Ja dann soll er weg Woher kommst du jetzt Woher kommst du jetzt Ah weg mit dir Jene mit dir Chilli Mit dir So da mischen wir uns natürlich auch ganz kurz mal auf schnelle Gezellenwille ein Und machen nochmal Dach Dach Bam Bam Der feite Wie viele sind denn da Bitte Jungs Was ist denn hier los Ist hier irgendwie so eine Party Auf die ich nicht eingeladen wurde Wann das hier Oh der spielt mit diesem Antonia Skin Der ist aber auch weg Der ist auch weg Jungs Bitte Macht mal keine Faxen jetzt hier Stimmt denn nicht mit euch hier Nein Ach ich habe mich An das Ding weggelegt Ach Ach So Bam Und natürlich hatte keiner von denen Einen Biggie Oder eine Ja Eine andere Schrot Natürlich kommt hier auf einmal noch einer Ja und er Ja okay Er hat mich Ja alles klar Mhm Ja Natürlich Einer mit zwei Kills Mit einem No Skin Und einer blauen Tactical Holt mich natürlich Ja Ist klar Hm aber 19% von äh Gold Äh von Silber weg Geil So eine halbe Stunde mache ich noch Dann bin ich auch erstmal weg War auf jeden Fall ein sehr lustiger War auf jeden Fall sehr sehr cool Das mal ausprobiert zu haben Äh Ja Wie gesagt So Streaming war für mich Sowieso schon vorher Immer mal Erst so test Ob Ob einem das überhaupt gefällt Und das weitermachen möchte Danach Und ganz ehrlich Sport Ich würde sagen Ich mache sogar nur noch diese Runde Und dann gehe ich generell mal Äh So ein bisschen was anderes Und gucke ein bisschen YouTube dabei Eine Runde mache ich noch Und dann Aha Fahrst das erstmal Schaltet Dann auch sehr sehr gerne Samstag wieder ein Ich schätze mal eher Samstag Äh ja Wann Ich schätze mal Weiß nicht 10 Uhr vielleicht Oder so 10, 11 Irgendwie so Mal gucken Aber ich gehe mal eher von 11 aus Also ja Samstag 11 Uhr Ah wobei doch Ja Samstag 11 Uhr Ist eigentlich nur gute Zeit Das kann man schon machen Und Ja Aber die Runde mache ich noch Wird noch ein bisschen Reingesweatet jetzt Auf den Sieg Ich hoffe Dass ich jetzt vielleicht Den Sieg hole Was ich zwar Immer noch nicht glaube Hals gedrückt Sehr schön Sorry Ich gehe immer wieder Salty direkt Salty war glaube ich Ist immer glaube ich Ganz gut Außer wenn damit mal So eine weiß ich nicht Ganz Parade ankommt Und man von irgendeinem Typen im Markt Gestaub wird Der daher kommt Mit so einer blauen Tactical auf einmal Dann ist es natürlich Nicht so schön Dann ist es natürlich Nicht so schön So Schauen wir mal Ich hoffe natürlich Die Runde wird Wobei ich gehe glaube ich Wieder zu dem Haus Wo ich vorhin war Das war das hier Ne war es nicht Egal Na gut Keine Waffe Mit der ich spiele Aber naja Man nimmt was man kriegt Aber das ist schon besser So Das wird Shotgun Ja 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 doch Bei einem Shotgun Kriege ich ja eigentlich Easy her Ja okay Natürlich ist oben Schon wieder Weiß ich nicht was Da ist natürlich Schon wieder Halbe Was weiß ich Oh mein Gott Das war ein schöner Oh mein Gott War das ein schöner Kid Wie eine Fische Der war schön Wäre schön Wenn der jetzt noch Die Krone gehabt hätte War einer drin Nevermind Hier war doch Niemand So Killab Stauberfektor hier Oh der hatte den Sniper Let's go Schönes Ding Schönes Ding Sehr schön Sehr sehr schön Sniper Das gefällt mir Natürlich sehr Sniper ist immer schön Ist jetzt halt doch keiner Drinnen Doch Hier läuft doch noch Einer lang Ah der ist unten Aber Hä Der ist oben Ja Natürlich Ist klar Mann Egal GG's Aber ich glaube Silber ist das nicht Ne Noch nicht ganz 93% Naja GG's Leute Ich würde sagen Das war es mit diesem Kleinen Aber feinen Stream hier Ich hoffe es hat euch gefallen Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht Hat mich sehr gefreut Dass ihr alle da wart Und Ja nochmal ganz Dick Liebe Für dich Sonja Ich küsse dein Herz Doch Danke für deine Likes Danke für dein Follow Und ja Ich würde sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis dann Samstag 11 Uhr Wollte ich jetzt nochmal ganz schnell sagen Samstag 11 Uhr Und dann würde ich sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis dann Tschüssi